Alles kaputt hier, alles kaputt, man! Mach mal die Kamera gerade! So, Chat! Eineinhalb Stunden live, ey! Wie spielst du? Nein, das ist wegen dem Bildschirm. Wir spielen, glaube ich, lieber eine Runde Fortnite mit Wackstreifen, oder? Okay, aber wie machen wir das, Chat? Und sagen wir, wenn ich fünf Kills hole, musst du fünf Wackstreifen machen. Und wenn du vier Kills holst, zum Beispiel, muss ich vier Wackstreifen machen. Die Hintkamera rücken, Junge, ja? Jaaaa! Alles gegen eins! Ja, Mach, ich seh dich im Bildschirm, ne? Was denn, Bruder? Wie warst du, Bruder? Mein Sektor ist echt Schaden, Junge, ja? Was wird's von mir? Immer wenn ich runtergehe, wenn ich runtergehe, kommen irgendwelche Grimassen. Das du so von mir denkst, ist schon respektlos, ja? Okay. Ey! John hat auf dich gespuckt. Bruder, okay. Das hättest du doch gehört, ja? Ey, das hätten die doch gehört, Mann! Du hättest das doch gemerkt, Mann! Bruder, du glaubst auch noch an den Sandmann, ne? Komm, gucken. Ey, Chat, wir werden jetzt noch Fortnite 1 vs. 1 und Rockstreifen spielen. Rockstreifen? In Englisch, ja, you know. Kann ich eine Butterwaffe bekommen? Mach mal die Vase weg, Bruder! Mach mal die Vase weg, Kids! Warum liegt da Stroh? Warum machst du eine Maske an? Ey! 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 1 vs. Emergency! Schür das Respektlos! 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 Schür das Respekt! Geräusche sagte die Waffe zu uns! Schür das Respektlos! Schür das Respektlos! Schür das Respektlos! Dann можем mitreiß auf den Spiel α! Schür das Respektlos! Schür das traininglos! Schür das Respektlos! ibe! Schür die Mummen! Schür die Muse! Ben! joy! Schür das Respektlos! Peniclas fürads Petroketlos! Hallo! Guck mal, was passiert gleich, ja? Du spuckst mich an, du spuckst zurück! Ich will niemals meine Brüder anspucken! Was machst du da? Äh, nicht das Trikot! Hör auf damit! Oha! Du spuckst da, wo mein Kopf ist! Shit! Ein Kill, Alter, ja? Oder sowas macht man nicht, ja? Freunde, ein Fortner Kill, ein Wachstreifen, du hörst! Wir kommen hier nicht rein in den Playstation! Ja, deswegen! Was drückst du da rum, Alter? Wie, was drück ich da rum? Ich suche den Fehler, Bruder! Was für'n Fehler? Dann schließt du das? Ja, hab ich zum 50. Mal geschlafen! Was ist das hier? In der Zeit, wo mein Techniker hier arbeitet? Halt deine Schnauze? Ich bin froh, dass ich hier ein bisschen Ahnung von dieser ganzen Scheiß hab! Ich schwör, du! Die ganze Bruder wird hier abkackt, Alter! Abbrennen! Komm, Sammy! Du schaffst das, Bruder! Du würdest ja jetzt nicht alle Leute hier enttäuschen, oder? Was bist du denn für Nils Armstrong, Junge, ja? Was los?! Yes, Ika-Ticker! Ey! Und deswegen bist du ab jetzt Sammy der Techniker! Boah, halt die Klappe, Bruder, ja? Ist doch gut, Bruder, für dein Image! Putsch mich doch einfach mal! Du machst mich immer noch niedrig, Bruder! Ich sag doch Sammy der Techniker! Wo bin ich der Techniker, Bruder?! Boah, guck mal, ich schwör auf alles! Wenn ihr sehen müsstet, wo das Licht gerade hin zeigt, ne? Das zeigt nach rechts! Das muss doch auf uns zeigen, Junge! Ja, dann mach doch selber Nils Armstrong, Junge, ja? Ich hab den heute gelernt, den Nils Armstrong, wer das ist! Oh, was haben wir heute alles mit Updates, Bruder Jakob, ja? Warte, warte! Mann, bevor man jedes Mal spielt, immer ein Update machen! Das macht doch keinen Sinn! So, wenn ich spiele... Du bist ekelhaft! Du bist so ekelhaft! Ich bin Sammy! Ach! Merth hat gesagt, ne? Ihr habt den gefragt, willst ihr mal streamen mit Joel und Sammy, ne? Da hat Merth... Ach! Ach! Da hat Merth gesagt, das was wir hier machen mit den Experimenten, er wird sich mitmachen, aber er wird zugucken! Aber wisst ihr, was wir jetzt machen müssen? Weil was Merth kann, ist Fußball spielen! Ich kann Fußball, Sammy kann keinen Fußball, Merth kann auch nicht so gut Fußball! Aber ich gebe dir ne Chance! Eine Fußball-Challenge gegen Merth! Okay, wir machen Fußball-Challenge, Merth gegen Sammy, gegen Jordan, um Dings... Glatze, Alter! Um Glatze, oder habt ihr keine Männer, oder was? Aber das ist unfair, der hat nicht mal Haare auf dem Kopf! Ey, spiel mir den Ball! Du, weil du hast keine Haare auf dem Kopf, das macht doch keinen Sinn mit dir! Trainer gegen Gala, Merth gegen Jordan, Merth verliert! Jordan nimmt den Ball, Jordan nimmt den Ball! Nein, nein, nein! Alter, was kommt da runter, Bruder? Ja, was tut das? Wo ist das? Wir machen den Fußball-Challenge, ich komme zu euch! Wir machen den Fußball-Challenge, die Kass! Ich glaube, der kommt... Ich hätte keine Ahnung, der kommt! Ey, Merth, ich küsse dein Herz, viel Spaß noch beim Streamen, Bruder! So, Chat! Wir machen weiter, Fortnite! Wie geht mir jetzt auf Fortnite? Wie geht mir jetzt auf Fortnite? Ah, hier! Hier! Ich hab doch gerade aktualisiert, ja? Oh, Bruder, Alter! Ey, warum wurde jetzt mein Live noch Dings eingeschreit, ja? Ah, doch, das funktioniert doch, Bruder! Okay, Freunde, ein Kill! Einen Waschstreifen! Ihr wisst Bescheid, Tickers! Alter, jetzt braucht das noch ein System-Update! Freunde, brauchen wir das? Yes or no? Man nennt mich auch den Vestrabagliano! Jetzt denkst du, die Vestrabagliano! Das ist der, der gedribbelt hat, der so gut war wie Ronaldo und der schnell war! Espera, Raducoliano! Okay? Das hast du... Bruder, komm, lad doch noch ne Kecke runter! Ich schwör, unser PS5 ist... Ey, ich hab gehört, dass PS5 sterben kann. Äh, kaputt gehen kann, wenn du das für Staub reinkommst. Ja, du bist Pech, da kaufst du ne neue, oder? Ich kauf ne neue, auf jeden Fall! Ich hab eh kein Geld mehr, 50 Euro am Matis gegeben, ne? Was denn? Jetzt wieder aktualisiert! Ey, ich schwör, muss ich noch eine Sache aktualisieren? Ich spiel nichts mehr, ja? Alter, ja, ich hab eine Stunde verbracht mit den Spielern zu installieren. Der, der verloren hat die Runde... Guck mal bitte, ja? Wer hat deinen Vater in den Briefkarten gesteckt, ja? Wir machen, wer als erstes 5 Kills hat, okay? Der hat gewonnen. Okay, shit! Nein! Nach jeder Runde sofort! Ja, wer als erstes 5 Kills hat, der hat aber gewonnen! Die Kluhren machen wir denn! Die Kluhren machen wir denn! Wir fangen jetzt erstmal an 1 vs. 1, ja? Was muss ich jetzt machen? Auch für uns! Wir machen jetzt so ein 1 gegen 1! Drück mal, 3 Ecke! Drück! Mehr musst du nicht drücken! Achso, okay! 1 gegen 1, ne? Ja! Wenn ich gewinne, musst du Wachstreifen machen! Wenn du gewinnst, muss ich Wachstreifen machen! Aber sofort nach der Runde, oder was? Oder deine Nase regt mich so auf, ja? Ist das doch eigentlich... Da kann man so eine behinderte Nase haben, ja? Deine Nase ist doch genau so! Ja, ich bin aber Nils Armstrong, Junge! Was ist Nils Armstrong, Junge? Du wachst seit dem ganzen Tag Nils Armstrong, Junge, ja? Das ist ein Techniker, Mann! Junge, nach jedem... Okay, ja genau! Der Gewinner ist unten, Chet! Warte! Wir geben uns jetzt 10 Sekunden wieder Zeit, okay? Okay! 1, 2, 3... 1, 2, 3... Serka! Chetia! Was geht mit dem Wachstreifen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey! Ey, Chetia! Wo bist du? Wie ist das? Okay, Erster ist bei Jordan dran! 10 Sekunden Zeit, oder was? Ey, hier darfst du aber nicht wieder so runterspringen, ne? Okay, 1... 2... AHA! Komm mal! Scha-scha-scha-scha-scha-scha-schau-schau! Ach, 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 ach! Ach, ach ... Nichts in die Waffe! Was ist das, Junge? Was ist das, Junge? Was ist das, Junge? Was ist das, Junge? Jaaaaaaah! Wuaaaaah! Zippis Hose, ja! Alter, der nimmt einen... Gesundheits-Bescher! Komm her! Komm her, alter, ja! Boah, Bruder, alter, ja! Ahhhhh! Come on, Alter, Rezner! Der nimmt ein Gesundheits-Ding! Nein, nein! Nein, Herr... JAAAAAAA! Chat, ja? Ich liebe Baleem, ich schwöre! Ich schwöre, dass... Hör mal nicht rum, weil wir sind viel mehr Haare als bei dir. Das hat doch nichts mit Haaren zu tun, ja? Was denn sonst? Wofür gibts denn Kaltwachstab, damit der Haare wegzieht? Ja, aber du verstehst das nicht, Bruder, dass es trotzdem weh tut, ja? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wow, Headshot! Ey! Hallo, mein Name ist Joe Nalmani. Ich steh auf mit der fette Omas, ja? Im Tanga mit Seitenscheitel und so. Und das muss richtig schön schmelzen. Von der Butter! Von Butter! Von Mutter! Mein Name ist Balladus, gute Herr, pam pam, wie die Pampland, riecht los, aber asoziale, bum, bambal, bambal! Zehn Sekunden. Mhh. Was macht der da? Der rutscht da! Drei... Ey! Was machst du? Ich schau auf meine Mutter, ich mach das nicht, Bruder! Hör auf damit, Mann! Wir haben gesagt, zehn Sekunden! Komm nach Hause, Daddy. Ich hab lange nichts mehr von dir gehört. Was?! Daddy? Daddy! Gib mal den Fachschriften, Daddy! Auf die Eier! Chat! Auf die Eier! Eins in den Chat! Eins in den Chat, wenn auf die Eier, ja? Andere Arm. Wie andere... Ah, ich hab doch zwei Stück hier gemacht, Mann! Andere Arm! Ja, mach doch so! Ja, du bist ja... Ich schau auf meine Mutter, du dreckiger Schwein, Alter! Ich schau auf meine Mutter, ja? Du bist doch ein richtiger dreckiger Schwein, ne? Ja, das ist fein! Das ist fein! 'veh, ha, ha! Stay alive! Stay alive! Oh, oh, oh! Du dreckiges Schweinspiel! Ja! Komm sofort, die letzte Runde jetzt! Jack, die letzte Runde! Come on! Komm her! Hasta la vista, Baby! Nein, kein Wodka, kein Wodka! Kein Wodka, Baby! Kein Wodka, kein Wodka, kein Wodka! Ey, nein! Jordan, Cut! Da ist ein Cut drin, Bruder! Du hast die Maus kaputt gemacht, die Tassatur! Scheißbeschissene, egal, ja? Ich mach keine Zweimal, ich spiel kein Fortnite mehr, ja? Ich schwöre, Alter, du enttäuschst alle, Junge, ja? Was sollst du Schließen denken, Alter, gegen dich zu spielen? Ey, können wir ein Screenshot machen und schicken uns das auf Instagram? Ey, ne! Guck mal, da war's denn! Genau da, wo alle Haare sind! Du bist ein richtiger Affenfänger, ja? Das hast du doch grad bei mir gemacht! Ey, bist du fair? Nein! Bist du ein Mann? Nein! Ich schwöre auf alles! Ich bin auch einen Tag dein Diener! Versprochen, mit Story! Was denn? Wenn du den nicht dran machst! Soll ich den dran machen? Ja, nein! Ich schwöre auf den Chat, ich schwöre nicht auf dich! Ich schwöre auf den Chat! Wir fangen an! Wie fangen wir an, Chat? Wie fangen wir an? Einer ich, einer du! Einer ich, einer du! Drei! Zwei! Was? Au! Scheiße! Scheiße! Oh mein Gott! Ich hab keine Haare mehr! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott! Zieh doch richtig! Aua! Scheiße! Wieso hab ich die ganze Zeit keine Haare mehr, Junge? Drei, zwei, eins! Drei, zwei, eins! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Junge! Drei! Oh! 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 Ich muss noch was warten. Drei, zwei, eins! Drei, zwei, drei! Drei, zwei! Drei, drei. Drei, drei! Drei, zwei! Ja, Scheiße! Das kräppt an, das Bier! Ich spür! Oh! Das kräppt an, das Bier!